Lektion 212 Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Denn ich habe eine Funktion, von der Gott möchte, dass ich sie erfülle. Ich suche die Funktion, die mich befreit von allen eitlen Illusionen dieser Welt. Nur die Funktion, die Gott mir gab, kann Freiheit schenken. Nur diese suche ich und diese nur will ich als die meine akzeptieren. Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Mit diesen Worten wollen wir wieder einen Moment still sein. und das ist nicht so. Ich bin sehr schücklich. Vielen Dank. 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 Ich habe eine Funktion, von der Gott möchte, dass ich sie erfülle. Ich suche die Funktion, die mich befreit. Von allen eitlen Illusionen dieser Welt. Nur die Funktion, die Gott mir gab, kann Freiheit schenken. Nur diese suche ich, will ich, will ich als die meine akzeptieren. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Ich taskte ich nicht mehr, wie ich mich, ist ja nicht성, ich? viel twist, weil ich weiß, nicht. Aber hier habe ich es. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gott mich schuf. Ich habe eine Funktion, von der Gott möchte, dass ich sie erfülle. Ich suche die Funktion, die mich befreit, von allen, eitlen Illusionen, in dieser Welt, in dieser Welt. Ich bin kein Körper, ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin, wie Gott, wie Gott mich schuf. Ich bin, 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 Untertitelung des ZDF, 2020